Meine Challenge für dich ist, dass du jetzt dein Handy in die Hand nimmst und ein kleines Video machst und erzählst, dass du gerade einen Podcast aufgenommen hast und das dann auf TikTok postest. Das wird dann dein erster Post. Ja, sehr gut. Einfach aufnehmen, einfach machen und dann auf dem Weg lernst du schon, was du brauchst und perfekt ist keiner beim ersten Mal. Ja, so ist es wirklich. Dann Feuer frei für TikTok. Vielen Dank, Dina Jam. Ich gucke drauf. Ich werde gucken, ob du das postest. Also zählt das ab jetzt oder zählt das nach Veröffentlichung der Folge? Ich weiß gar nicht, warum du es nicht machst. Einfach Handy nehmen, umdrehen und sagen, hey, ich mache gerade eine Folge mit Dina Jam. Das ist meine erste Folge und die wird mega geil. Freut euch schon mal drauf. Das war es auch schon. Ja, perfekt. Was sollen wir jetzt machen? Sofort. Ja, pass auf. Genau, an alle, die zuhören, scrollt einfach ganz runter, falls ihr mehrere Beiträge habt. Und guckt euch den ersten Beitrag an, das sind dann wir. So, pass auf. Ihr hattet es ja auch extra in die Kamera rein. So, herzlich willkommen. Liebe Leute, das ist mein erster TikTok-Beitrag. Vielen Dank für die Challenge, lieber Najam. Du bist ja auch noch selber hier. Ich gehe mal kurz hier rum. Kann aber winken. Live jetzt bei TikTok. Warum ich das Ganze mache und was ich da überhaupt mache, das werde ich euch natürlich auch mal mit vorstellen. Aber erst mal musste ich die Challenge von den Najam erfüllen. Ist hiermit getan. TikTok hat dadurch nur 30 Sekunden. Deswegen viel mehr gibt es beim nächsten Mal. So, siehst du? Geil. Dein erster TikTok-Beitrag. Finde ich mega cool. Ich freue mich. Sehr gut.